Hi, wir sind die Ben Spit aus Kassel und wir haben eine neue EP rausgebracht. Die heißt Wood, Wheat and Fireflies. Wenn ihr Bock darauf habt, dann guckt mal im Link unter dem Video. Der Link führt zu unserer Internetseite und zum Merchshop. Da gibt es eben auch T-Shirts, die man erhalten kann. Und man kann die CD nicht einfach nur so kaufen, sondern eben auch digital downloaden. Und weil ich mir die Plattform nicht merken kann, sagt euch jetzt der Timo, wo man das alles machen kann. Google Play, Spotify, iTunes, Amazon und ich habe Lars Ulrich angerufen. Wir sind auch auf Nebstra. Und ich habe Lars Ulrich angerufen. Das war schon gut. Ja, war es auch. Wir hätten jetzt drauf einsteigen müssen. Ja, ich habe es aber so spontan bin ich nicht. Tschüss! Thanks you very much. Dein Spit. Hi, wir sind die Ben Spit aus Kassel. Wir haben eine neue EP rausgebracht. Hi, wir sind die Ben Spit aus Kassel. Wir haben eine neue EP rausgebracht. Ähm, mm, 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 mm. Wir sind die Ben Spit aus Kassel und wir haben eine neue EP rausgebracht. Hi, wir sind die Ben Spit aus Kassel und wir haben eine neue EP rausgebracht. Hi, wir sind die Ben Spit aus Kassel und wir haben eine neue EP rausgebracht. Hi, wir sind die Ben Spit aus Kassel und wir haben eine neue EP rausgebracht. Hi, wir sind die Ben Spit aus Kassel und wir haben eine neue EP rausgebracht. Hi, wir sind die Ben Spit aus Kassel und wir haben eine neue EP rausgebracht. Untertitelung des ZDF, 2020